... was du hier leisten kannst, was du hier schaffen kannst. Doppel 8. Die Matchstarts 3, 4 und 5 für Kevin Münch. Ja, und der ist drin. Kevin Münch bezwingt den Doppelweltmeister Adrian Lewis. Es ist unglaublich. Ein Wahnsinnsauftritt des 29-jährigen Bochumers. Klasse Match, Kevin Münch. Der hier den größten Moment.